Nooooooo! Regrets, I know! This is the way you had to go! Nooooooo! Regrets, we go! Watch the field into the I know! Lass mal den Rundflug machen. Mal gucken ob ich auch eine Basis finden. Und dann hat er direkt bei Openback geschossen. Bin ich schwer? da habe ich zu viel mit wahrscheinlich glaube ich nicht ich hause ich habe sand nachaus warte ich lasse ich jetzt erstmal gleich hier war nicht so weit man nicht so weit hoch ich gucke doch gerade nur ob hier noch und wenn ich hier sind das ist ja fein ich kurz darauf aus nicht raus ich habe ein ja das kommt nicht unten was soll das an die hunden aber kann man rückflug machen aber haben ein bisschen was ist das geil das viel ob ich bock endlich endlich oh ja man komm runter los oh ich muss erstmal was trinken ihr habt das glas gar nicht mehr wieder zurückgetan sehe ich gerade müsste im Sehwildzahntiger liegen könnte durchaus möglich sein das Vieh braucht einen Arsch voll zu fressen alter ja obwohl ne gut war nicht mehr viel drin sehe ich gerade vielleicht oder wo nehmen und ein Dornenteufelsattel nice nehm ich mit der ist genau für Tobi gemacht der Tobi der gestern den Dornenteufel verloren hat ja wieviel Ausdauer haben wir denn mit dem Akentaurus 1200 wird der Adler ja ja guck dir diese majestätischen flügelschläge an Boogie naja mann der hat sogar so leichte Blutspritze so an den an den Flügeln wir können ja gleich mit kommen Metall fahren ja aber das ist eigentlich gar nicht mal so eine vergate Idee du hast ein bisschen was raus Jerry hast du schon das Gewicht äh Gewicht tragen Fähigkeit für das Pia hat ja dann kann doch noch kein Neville machen ich kann doch noch keine Hülle machen was 6 Lektor drauf unsere Basis sieht aus als wäre es komplett aus Stacheln wie Dornröschen ja wie so ne Dornenwarze wir müssen trotzdem mal überlegen ob wir hier irgendwas bauen wo wir den Adler runter tun Den Adler und vielleicht Karno oder so Majestätisch Dragon, wo bist du? Ich hab grad gelevelt, Alter Ich tu ein bisschen was raus Ich muss auch mal kurz abplanen Lass meine Adler stehen Lass meine Flinte stehen Ich form euch das Zeug jetzt wieder zurück Wer braucht Obsidian? Ich brauch das für eine Feldflaschen Hab ich jetzt unten in die Kiste reingetan? Meine Armbrust liegt oben, ne? Warte, ich hab noch mehr Obsidian Hier noch mehr 30 Pfeiler hab ich 14 Narko-Pfeiler Ich muss gleich mal gucken Also wie viele Feldflaschen soll ich machen? Wer möchte eine haben? 12 Alle Das heißt also Mit Jerry brauchen wir keine Für Wubi Für Tim Für Tobi Für Tobi Tobi Ich komm eigentlich so gut mit meinem Wasser klar eigentlich Aber eigentlich Baut mal jemand vielleicht ein kleines Treibhaus Ja Hast du schon freigeschalten? Wobei komm ich baue mal 5 Stück Ich guck mal was ich brauch dafür Das geht Wubi Woah Jetzt ist auf jeden Fall schnell So ich hab mal 5 oder Ne ich mein ich hab 10 Stacks Holz oder so mal gesammelt Das reicht erstmal Ok ich brauch ein bisschen bis ich Gewächshaus machen kann Gehen wir in Metallfarmen oder macht ihr was anderes? Wir gehen Metallfarmen Wir sind grad schon los Wir sind grad oben Wir sind schon da Wir sind hier oben Über der Über uns Hier unten Hier unten ist es Aber da rechts ist ein Kano Lass es Ne 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 lass es Oh Rechts ist ein Kano Wir sind grad Wieso schnell sind wir denn hier oben bitte gewesen? Ist das geil man? Ja Ich seh nichts Da Ok lässt mich runter Halt ausschauen Ist das noch was? Hast es gesehen ne? Ja Oh mein Gott Oho 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 War das glatt Alter Ist das geil Ist das krass Ok Wir müssten auf jeden Fall noch Obsidian mitbringen Ok Wir bringen jetzt nur Metall mit Na klar ich bringe ja noch Obsidian mit Da links war noch was Das ist Ah ne das ist schwefel 120 zum Das schwefel Ja Ja dann kann man unter die Hand da bitte Oh scheiße Warte ich bringe hoch Oh schade Da ist ein 135er Terror wird an meinem an meinem Holzkäfig Aber links war noch was Hallo Tim Hallo Wie schwer sind wir sind? Wie schwer sind wir denn jetzt? Passt noch aus rein? Nicht mal rechts Nicht mal rechts hast du gesehen? Rechts Hm Da unten Ja Ist das das? Ja das ist Metall Weiß jemand für was wir Schwefel brauchen? Leider Ähm Für Treibstoff Und für konservierendes Salz Auf jeden Fall Warte ich devil mal kurz die Nahrung Auf Gewicht ne? Was ist das? Ja das ist ein geiler Scheiß ey Ja das ist ein geiler Scheiß ey Ja das ist ein geiler Scheiß ey Ach 17 17 Alter das ist ein riesen Ding 17 Hast du ne Metallspitzhacke? Ja ja Das links ne? Hier links Links? Zwei Steine Ja Warte mal ich seh den Schwanz Ja Sehwilzahn Boah fuck Zieh die weg Zieh die weg Zieh die dann links Warte lass mich was probieren Darf ich dich mal kurz abstimmen? Ja Klingt ja alles ziemlich hart gay Wenn man so redet Achtung Schwanz Na wir wir Also ich und Jerry Wir form Ich Jerry und Tim Wir form grad Metall Und ich denke Tobi Also Kusamun Und Dragon Die Wollten jetzt ein Klingeboot fählen Ja wir stehen grad für alle Elf Ja Aber gucke ne Der ist Level 38 Achso du willst sie fangen Und sie absetzen dann Ei Das will ich sehn Das will ich sehn Hier ist übrigens noch Metall Ich hab nen Silvizahn Tiger Wo hab ich die zurück gelassen Da bist du Guck mal Wie er sich freut Und jetzt? Ich kann fliegen Tschüss Silvitan Ich sag alter Das ist nicht gestorben auch Mann Der freut sich ziemlich ey Das ist voll egal Ja Boah Das bin ich sehr schocken Da ist noch was siehst du das? Aber hier waren noch zwei Da ist noch ein roter Siehst du den? Da steht ein Adler Mann Da steht gerade ein Adler Oh Gott Da ist ein Golem Wo Dort gerade Was siehst du denn? Ach der Stealth Golem Hier wieder auf dem Berg Ich seh schon Naja Hier ist noch ein Silvizahn 2 Silvizahn 13 Silvizahn Tiger Ja Ja Hier ist bestimmt auch noch was Nur mal über den Berg Spitze drüber fliegst Das ist bestimmt was Und ne ich dann immer kurz Du wirst automatisch abgesetzt Das ist cool Ich kann nicht Ich weiß nicht wieviel ich auf einmal tragen kann Der Eintritt hat zwei Klappen Eigentlich kann sie aber tragen Eintritt Eintritt Bezählen wir uns jetzt gleich noch ein Akontafes würde ich sagen Ach würde Na weil er mich an den Kreien einfach nur Er greift mich nur an den Kreien und hebt mich sozusagen an Ich sitze nicht auf ihn drauf sozusagen Wo hast du jetzt noch was? Ach dort Ja und Borne kann er mich denn nicht abholen Alter Aus einem Stein über 100 Meter Krass Ich kann nur einen nehmen Ja 131 Meter Na er nimmt mich doch gerade Tobi Alter Warum schlägst du zu Tim? Hä wo ist denn die 8 zu? Ja stimmt Bugi hat ja gerade noch ne Ratte verloren Ich schlag mit Eisenspitzhack jetzt so Ach so alter Sobald wir den zweiten Adler haben gehe ich mal mit Brutal Da kann man dann schon zu viert Meter einfach hingehen Ja wir müssen auf jeden Fall Äh 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 noch einen Adler jetzt machen Das ist richtig effektiv hier Ja wir müssen halt auch noch mal gucken Wärts wieder Stand für den ne Mh Müssen wir dann halt ja gucken Müssen wir da ein Dach drüber bauen Vielleicht noch ein paar Pfeiler wenn sich das nicht hält Dann müssen wir da oben drauf noch mal Stacheln setzen Ok was hast du da gerade alles rausgezogen Ich habe insgesamt 294 äh äh beteiligt Ich glaube das wird jetzt nichts mehr Warte mal kurz War das noch was? Du kannst mich noch mitziehen Ich krieg ne Macke Komm mach zurück Ich bin voll Na hause Na hause Ja na hause Müsst ihr immer ein bisschen Futter kriegen hier Achtung auf dem Weg ist ein Adler gell Oh scheiße ich bin langsam jetzt Ja ne Fuck ich bin so langsam Gehts jetzt? Voll langwollig man Ah scheiße man ich hab da den äh Sattel drinnen Ich würde sagen wir ziehen uns jetzt noch einen Agentar Was das Tobi hier mit kann Den ist hier voll langweilig merke ich gerade Dann können wir gleich zu viert dann los Hier rechts unten ist schon einer gell Bei uns hier oben Nein Dann machen wir dann hier schön zu viert Eine Metall Action und dann passt das Urteilhaft wenn wir aber noch einen männlichen kriegen würden Ja Dann Tobi sanne dich Schön keine Babyart da Echt? Ah hier ist einer Es geht hier nur drum